Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Das ist das Thema, ihr Lieben. Könnt ihr es erkennen? Ich habe dieses wunderschöne Stück mal in der Zuschauerpost gehabt. Und das passt jetzt. Das ist ein Lippenstift, wie man glaube ich erkennen kann. Ich habe mir das jetzt gerade mal hier festgepinnt an meinem Handtuch. Ich habe nasse Haare, ja. Ich habe mir eben die Haare gewaschen und habe so ein neues Leave-In-Produkt drin. Das wäscht man nicht raus und ich wollte mal ausprobieren, wie die Haare sind. Das ist immer ein Unterschied, wenn du die Haare danach fönst oder an der Luft trocknen lässt. Und jetzt wollte ich das mal gucken. Aber das ist nicht das Thema hier, Haare. Nur zur Info. Nicht, dass ihr meint, boah, aber das bin ich halt, wisst ihr. Also falls ihr mich noch nicht lange schaut, ich bin, glaube ich, das authentischste, was für ein Wort, was es hier gibt auf YouTube, ja. Ja, und meine Lippenstifte sind auch authentisch. Ich habe eine kleine, ich meine, ich bin jetzt seit über elf Jahren hier auf YouTube. Und ich glaube, wenn ihr wissen wollt, welches mein ältestes Stück ist, hier ist ein Lippenstift bei, der müsste so elf Jahre alt sein, ja. Das sind alles meine Lippenstifte, so Lip Tints habe ich auch da drunter genommen und andere komische Sachen. Vier hatte ich schon mal aussortiert und ich denke mal, es werden jetzt ganz, ganz viele weitere Folgen, denn es ist so bei mir, ich liebe, ich mag Lippenstifte, tolle Farben, aber ich trage zu selten Lippenstift. Warum? Ja, im Alltag finde ich es manchmal befremdlich, muss ich gestehen, wenn ich, also beziehungsweise es kommt auf die Farbe drauf an und die letzten Jahre mit der Maske immer, das, also da denke ich mal, haben viele von euch keinen Lippenstift getragen, ne, unter der Maske. Also wir werden jetzt, ich werde drastisch aussortieren, dass, ich bin gespannt, also ich will wirklich, ich hatte erst überlegt, dieses, die Klatter, die Klatter nennt man das auch Fremdsprachlich, ich sag mal Deutsch aussortieren und es kann sein, ja, ich hatte erst überlegt, wer sollst du das in einem Live machen? Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wenn ich vielleicht mal, das nächste, meine Lippglosse, das nächste werden die Lippglosse, obwohl ich die öfters trage wie Lippenstifte, aber da könnten auch einige rausfliegen, weil, ne, die werden natürlich auch nicht jünger, die Dinger, ne, und, aber ich habe mir gedacht, nee, jetzt bei den Lippenstiften mache ich so für mich, weil sonst lasse ich mich in den Kommentaren live von euch noch verleiten und erstmal jetzt möchte ich für mich das machen. So, also, ich bin gespannt, wie viele es werden, also, ich habe hier insgesamt drei MAC Lippenstifte, da kommen gleich, glaube ich, noch zwei, drei andere, so viele habe ich nicht von MAC, weil die ja auch nicht gerade günstig sind, aber das ist auch einer der älteren, der heißt Viva Glam Five. So, und der, vielleicht sieht man das, der hat auch so einen Belach außen, ja, sehr schön, also ich weiß nicht, ob das Schimmel ist, könnte Schimmel sein, Lippen, gibt es Lippenstift Schimmel, aber ihr seht, ich habe den ganz gut benutzt damals. Das war so ein schöner Nude-Ton, Viva Glam Five, gibt es, vielleicht gibt es den sogar noch, aber der war damals in aller Munde, auf den Lippen, aber den sortiere ich aus. Das sieht, der riecht, der riecht, das ist das Komische, der riecht eigentlich noch in Ordnung, der hat nicht diesen, wie sagt man, ranzigen Duft. Nee, der riecht eigentlich noch in Ordnung, aber dieser, ja, vermeintliche, weiße, nee, das ist für mich ein Kriterium und der ist auch schon, also der ist bestimmt auch mindestens acht Jahre alt. Jo, so, ich swatch euch auch, vielleicht den einen oder anderen mal auf den Lippen, aber da habt ihr jetzt die Farbe gut erkennen können. Dann habe ich hier noch einen MEC-Lippenstift, der Darkside heißt der, so, Darkside und das ist wirklich ein schöner, dunkler Ton, ja, da ist kein Schimmel, aber, das ist komisch, ne, hier hatten wir Schimmel, ist für mich ein aussortiert Kriterium, der sieht eigentlich noch von außen, ihr seht es auch aus der Ferne, äh, der stinkt, der stinkt fürchterlich. Ist schade, weil es war eine schöne Farbe, so ein Dunkelrot, aber der stinkt, das müsst ihr mir einfach mal glauben jetzt. Schade, dass es noch keinen Geruchs-YouTube gibt. Dann habe ich hier Cream Sheen, Modesty, der ist ganz klein geschrieben, da, Modesty, die haben ja unterschiedliche, so Frost und das ist ein Cream Sheen, der hat keinen Schimmel außenrum, ich sage jetzt einfach Schimmel, ihr wisst, ne, ist wahrscheinlich was harmloses, aber der stinkt auch. Noch nicht ganz so schlimm wie der Darkside, aber er stinkt auch ranzig, ähm, und, ja, die sind auch schon in die Jahre gekommen. So, und den hier, also das sind jetzt die, die hatte ich mal, wollte ich auf den Lippen auftragen und dann, ähm, ich bin die anderen, gehe ich jetzt mit euch durch, ne, und dann habe ich hier den noch, der riecht auch komisch. Das ist halt Naturkosmetik, Sante, und das ist die Farbe 05 Dahlia Pink. Ja, der sieht auch ein bisschen... Hm, war... Lässt sich auch nicht mehr schön auftragen, man merkt es auch irgendwann, ziehen, äh, machen die so Schlieren. So, ich habe sogar ein angefeuchtetes Mikrofasertuch. So, und jetzt greife ich mal meine Box hier, also, boah, aber dieser eine, der stinkt. Also, ich werde jetzt auch, jetzt zum Beispiel kommt einer, den sortiere ich nicht aus, der ist wunderschön, der war auch ganz schön teuer, von, äh, Givenchy. Ist auch einer, den ich mir dieses Jahr zugelegt habe, da heißt, da habt ihr den Namen. Die Farbezeichnung ist 3, 3, 3, 3, äh, dreimal die 3. Ja, aber es werden bestimmt, also ich muss mich von einigen trennen. Da, die Verpackung, wunderschön. Ich habe davon noch einen, von der Marke. Der ist nämlich schon in die Jahre gekommen, und dieser hier, der ist so, das ist kein Schimmel. Ich fahre den mal ein bisschen raus, das ist so wie marmoriert, seht ihr? Der hat so ein schönes Muster. Also, das ist so, das sieht eher aus wie so ein Schlieren Sahne. Oh, der riecht gut. Und der ist, ja, ich mache mal nur ein bisschen auf die Oberlippe, seht ihr? Der ist, äh, mehr, also hier ist ganz viel Pflege drin. Das ist kein, kein Lippenstift, der so auf den Lippen bleibt, ne? Der gibt einen Hauch rötliche Lippen, ist unheimlich pflegend, und ich liebe den, ja. Also, das ist wirklich hier so ein bisschen auch Luxus, sage ich mal, für mich jetzt. Muss nicht sein, aber ich habe mir den damals, ich wollte mir mal wieder einen von Givenchy gönnen. Und, äh, auf Douglas, meine ich, habe ich den bestellt mit einem Gutschein. 2,8 Gramm. War nicht günstig. Ich lasse das mal auf den Lippen so ein bisschen. Hm. Ihr könnt mir ja mal schreiben. Habt ihr, ähm, Ja, da bin ich gespannt, ob ich den noch finde. Ähm, Tragt ihr viel Lippenstift im Alltag? Oder seid ihr auch eher so, also ich trage sehr, sehr oft Lippenpflegestift. Auch mit einem Hauch Farbe oder sowas hier, ne? Ja, also das war von Art Deco, der Hydra Care Lipstick. Ähm, da muss ich mal gucken. Da habe ich nur noch die leere Schachtel, ob ich den gleich noch finde. So, wir machen jetzt mal etwas schneller. Hehe, kommen ja noch ein paar. Catrice. Die, ein Lip Balm, die 0,30, weiß ich jetzt nicht. Lip Balm? War das eine L-E? Ja, Winnie the Pooh Lip Balm. Ach ja, klar, hier ist er doch. Hier. Das liegt ja noch nicht so lange. Den gibt's, ähm, der ist wunderschön. Den haben wir ja neulich erst gekauft. Guckt mal. So ein schöner Nudeton. Riecht gut. Gibt, ist sowieso, ja, halt Lip Balm, ne? So, so, schönes Nude. Aber, also den auf den Lippen, ich kann das ja mal einmal, also ich werde nicht alle auf den Lippen, weil dann sind die hinterher kaputt. Hm, einmal auftragen. Das ist so ein schönes Nude Braun. Hm, eigentlich wollte ich heute Morgen joggen gehen, aber ich hatte ein bisschen Schmerzen im rechten Knie, äh, in der Innenseite. Und, naja, jetzt muss ich vernünftig sein. Ich wäre sonst gerne joggen gegangen. Also der ist wunderschön. Das ist so ein Hauch Farbe, wirklich. Und sowas ist im Alltag für mich, das ist perfekt. Also der bleibt auf jeden Fall auch genau wie der Givenchy. Sowas ist halt eher so richtig was mit Farbe, wo du so akkurat arbeiten musst. Dann nehme ich lieber einen Lip Liner, der farbintensiv ist, weil die halten auch gut auf den Lippen. Ja, also ich, ja, ich muss da wirklich, ähm, klar, also wie gesagt, ich bin seit über elf Jahren hier auf YouTube, da sammelt sich, und dafür habe ich wenig, finde ich. Also da haben andere YouTuber mehr. Jetzt habe ich ja einen von Terry, den habe ich mir auch mal gegönnt, das ist auch mehr so high-end, hab ich ja nicht viel, aber der hier, äh, Terry, Lip Expert, Liquid Lipstick ist das. Liquid Lipstick. Hatte ich mal irgendwo bei jemandem gesehen und, ja, huch, sieht auch ganz schick aus hier. Kennt ihr bestimmt. Und welche Farbe habe ich? Oh, die Nummer 6. Fire Nude. Ein Fire Nude, also mit Nude hat das nichts zu tun. Ich, das, äh, wie gesagt, der bleibt auf den Lippen. Und das ist so die perfekte, ihr seht es auch auf meinen Nägeln, so unser Coa Rot, ja. Ich lasse den mal antrocknen. Also das ist schon, da muss man aber mit diesem Pinselchen, seht ihr das, wie der gemacht ist? Wie so ein Schuh. Seht ihr das? Das Pinselchen ist ganz schwierig einzufangen. Ähm, ja, egal. Der bleibt natürlich auch noch. Also das ist so, der riecht auch noch nicht. Den habe ich auch, glaube ich, erst entweder letztes oder Anfang diesen Jahres mir zugelegt. So, der bleibt natürlich. So, da wollen wir mal antrocknen. Der ist so sehr glänzend erstmal, aber ich weiß nicht, wenn der, ich habe den noch nicht oft getragen. Und das sind halt so Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt bald Chorjubiläum. Ähm, da haben wir eine große Feier und da werden alle Sänger und Sängerinnen des Kreises hier geehrt, die Jubiläum haben. Ich bin ja auch da drunter. Ähm, tatsächlich singe ich schon seit 40 Jahren. Ähm, insgesamt mit Kinder- und Jugendchor. und Frauenchor. Und da trage ich dann vielleicht den Terry. Ähm, ich habe mir die Lippen, äh, die Lippen, ja, die Nägel gemacht. Ist von Neo, ähm, ist so eine schöne Farbe von Semilack. Semilack oder Neo? Ne, Semilack. So ein Rot mit ein bisschen Glitzer. Ich hoffe, dass der gut hält. Jetzt sind noch 10 Tage bis zur Ehrung. Ähm, ja, ich habe sie mir auch etwas kürzer gemacht, die Nägel, damit das gut hält. So, jetzt aber weiter. Clean aus der Clean ID-Reihe von Catrice. Ähm, ja, das ist so eine Pappverpackung. Das ist die 050, ein Satin-Finish. Habt ihr gehört? Pluck. Ähm, und, ja. Der riecht noch gut. Ne? Und, ähm, wie sieht er denn aus? Oh ja, das ist eine schöne, ähm, ist jetzt nicht so, also auch eher so etwas mehr zwischen Lippbein und Lippenstift, würde ich sagen, ist der hier. Und, ähm, den mache ich mal kurz drauf. Ähm, ja, den finde ich wunderschön. Das ist eine Farbe, kann man auch mal eben schnell machen. Das ist meins, ja. Das ist meins. Das ist 80% natürliche Inhaltsstoffe. Wie gesagt, die 050. Ob es den Clean ID Nude Lipstick hier noch so gibt, weiß ich nicht. Ähm, müsst ihr mal schauen. Aber das finde ich ist schön. Ist auch so was, was ich im Alltag tragen würde, weil es nicht so eine intensive Farbe ist. Nicht so viele Farbpigmente, ne? Ja, das habe ich letztens erst euch in die Kamera gehalten. Aus Essence, aus dieser, ähm, Pink is a new black. Ne, das ist ein Color Changing Lipstick. Der hat hier so ziemliches Gefunkel. Ich dachte erst, ich packe ihn zu den Lippenpflegestiften. Aber nein, ich lasse ihn jetzt hier. Und der wird sich jetzt gleich verfärben. Der reagiert halt mit dem pH-Wert der Haut. Und, ähm, aber ist ein sehr, sehr, wie soll ich sagen? Äh, jetzt tut sich nicht viel, wa? Ja, kommt aber gleich. Ähm, denke ich. Der hat doch einen angenehmen süßlichen Duft. Nicht so penetrant süß. Also, die LE war ja so witzig, ne? Da habe ich doch, das war doch live, habe ich euch das gezeigt, glaube ich. Ja, klar, in einem live. Mache ich ja auch jetzt öfters gerne. Da habe ich den, ähm, den Pinsel in den Kühlschrank gepackt. Und dann wurde tatsächlich aus dem pinken Stiel ein schwarzer Stiel. Aber ich habe das nicht so verstanden. Also, der verfärbt sich auch nur leicht. Seht ihr? Das ist halt so eine Geschichte. Ich habe da noch eins. Ich glaube, das habe ich schon aussortiert oder weggeschmissen, weil das war so ein Lip Tint. Das war gar nicht. Das war intensiv pink. Aber das hier geht. Das sieht man jetzt aus der Ferne auch schön ganz. Ein Hauch von Farbe. Ähm, der bleibt. Das ist was. Ja, den kann ich wirklich fast schon zu den, ähm. So, ich gehe jetzt mal hier drüber. Hier über den bei Terry. Oh, der ist weg. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Ich war fest davon ausgegangen, dass das, äh, weil hier steht drauf Liquid Lipstick. Hier, das war der. Ich dachte jetzt, der bleibt auf der Haut. Habe ich mich wohl vertan. Hier. So, das ist die Bezeichnung. Ich dachte, weil heißt Liquid Lipstick, heißt wahrscheinlich gar nicht, dass er immer fest auf den Lippen bleibt. Naja, aber hat ja auch was Gutes. Also, ich dachte, der bleibt auf der Haut. So, und hier seht ihr auch anhand meiner Kaffeetasse, ja, die halten nicht ewig. Ähm, und hier habe ich mein Schätzchen, der erste von Givenchy. Ich glaube, früher habe ich immer Gewinnschi gesagt. Ist auch diese Lederoptik. Hatte der ja auch in rosa, ne? So, und das ist die Farbe. Also, der ist auch zehn Jahre, würde ich sagen. Also, schon uralt. Die 205. Ähm. Violin Inspiration. Ist ganz klein. Violin Inspiration. Und der ist, glaube ich, noch schmaler wie der andere. Und das habe ich halt geliebt. Der stinkt auch noch nicht. Und der hat auch noch keinen Schimmel außen. Ähm, und deshalb, oh. Das habe ich aber, ich dachte gerade schon, ich hätte mir ein Stück Lippe weggefetzt. Ne, das war hier. Das, ich habe ein bisschen grob meine Lippen sauber gemacht. Das ist wirklich, äh, so ein schöner, leichter Rosé-Violett-Ton. Ich swatch euch den mal hier. Ne, das ist auch jetzt ein Hauch Farbe. Und das kannst du auch fast ohne Spiegel machen. Der verzeiht dir das. Und ich mag halt diese schmale Form des Auftragens, weil ich auch nicht so breite Lippen habe. Und der ist wirklich Violin Inspiration von Givenchy. Gibt es den wohl noch? Ist auch, also liegt auch gut schwer in der Hand. Und sieht schick aus, finde ich, ne? Ist jetzt quasi, also der bleibt auch noch. Wenn der jetzt müffeln würde oder Schimmel angesetzt hätte, dann hätte ich den weggepackt. Oder er fängt gleich irgendwie an zu brennen auf den Lippen. Aber ich finde, ähm, da darf man nicht, ich, äh, ja, danach gehen. Ähm, ich glaube, den habe ich mal geschenkt bekommen. Der war aber unbenutzt. Ich kann nicht mal erkennen, weil das hier weggeixt ist, was es für eine, was es für ein Mac Lippie war. Es ist ein Mac Lippie. Genau, den habe ich mal geschenkt gekriegt. Und der riecht noch so wie ein Mac Lippenstift, so leicht nach Vanille. Der hat auch keinen Schimmel. Und das ist halt schon, ja, ich würde sagen, eine gewagte Farbe. Ähm, wie gesagt, ich, ähm, ich nehme mal jetzt. Ich habe ja auch so Abschminktücher für den Lippen. Ich will euch nicht alles swatchen, aber jetzt müssen wir doch mal, so eine intensive Farbe muss mal sein, ne? So, den machen wir weg. So, ähm, es ist halt so. Ah, ihr seht das, ne? Das ist nicht so ein Bäm, knalliges Orange. Und ich habe den schon mal gemischt. Da hatte ich auch irgendwie noch einen anderen, ähm, Lip Liner drauf. Aber ich finde, guckt mal. Und damals habe ich den ausprobiert. Erst denkst du so, oh Gott, das ist ja mal ein Kürbis Orange, ne? Aber schaut mal. Der ist gar nicht so heftig. Und ich finde, das ist so das Orange an Lippenstift. Ein anderes würde ich, glaube ich, auch nicht tragen. Und, ähm, vielen Dank nochmal. Das ist auch schon länger her. Also, den habe ich bestimmt auch schon vier Jahre, glaube ich. Drei, vier Jahre. Ich kann es nicht erkennen, was es für einer war. Hier steht noch A77. Ich glaube, Cream Sheen. Der bleibt auch. Also, für einen Orange, was meint ihr? Kann man tragen, Bock? Gerade jetzt vielleicht im Herbst. Ja. So, machen wir schnell weiter. Schnell ist gut, ne? Wollt ihr gar nicht. Ihr guckt mich ja gerne in Lang. Essens. Ich glaube, das war aus, äh, Lipstick. Ich hatte, meine ich mal, auch einen Essens, ähm, Adventskalender. Und das sieht sehr weihnachtlich aus hier. Ich glaube, der war im Kalender. Den gibt es wahrscheinlich so nicht. Das ist ein semi-matter Lippenstift für die süßesten Weihnachtsküsse. Ja, hier, sonst steht hier keine Bezeichnung. Also, für die süßesten Weihnachtsküsse. So, der riecht auch noch voll in Ordnung. Das ist so ein Nude. Lips but better, hier. Der geht. Lippenstifte gleich, die rigoros aussortiert werden, sind welche, die nach Pink oder einfach Farben, die ich, wo ich weiß, die würde ich nicht tragen. Das ist wirklich so ein semi-matter. Ähm, boah, was ist denn das für einer? Living Nature. Puh, da weiß ich nicht, wo ich den her habe. Ist so gummiert. Ähm. Hat so ein Zeichen. Und heißt Summer Rain 07. 07 Summer Rain. Riecht nach nix. Hat so eine Lippenstiftform. Also, ich habe das nicht hier so. Nein. Ich habe da nicht dran genuckelt. Ähm. Den mache ich mal auf die Lippen. Aber ich glaube, der. Ich mache mal ein Swatch. Hier. Da ist das Swatch. Das ist fast die Farbe. Nur, der ist auch sehr sheer. Also, ist nix. Hm. Doch, der lässt sich gut. Aber wo habe ich den her? Hatte ich den in meiner Box? Habe ich den geschenkt gekriegt? Living Nature. Ich kann es euch nicht sagen. Made in New Zealand. Aber es ist eine schöne Farbe. Der bleibt. Also, bis jetzt habe ich nur die Stinke-Dinger da aussortiert. Mach mal eben sauber. Doch, der sieht schön aus. Der gefällt mir. Ich habe nur nicht mehr auf dem Schirm. Den habe ich aus unserem Götterboten-Wander-Paket. Ich glaube, das war die erste oder zweite Runde. Und zwar ein Liquid Stick von Colourpop. Von Colourpop habe ich ja so gut wie nix. Und das kriege ich dann immer nur aus Paketen. Deshalb liebe ich ja diese Pakete. Also, ich bin ja nur im Götterboten-Paket. Und der verfärbt sich immer mehr. Der heißt Oh Snap. Ist ein matt-Finish. Der ist schön. Ich habe den nur damals. Da war der, das war im Sommer sehr warm geworden. Da ist er mir hier ein bisschen abgebrochen. Ich swatch euch den jetzt mal vorsichtig. Der ist nämlich sehr cremig. Das ist Nude. Wo ich erst dachte, Ah, ah, ah. Ah, ah. Ganz vorsichtig auftragen. Ah. Es ist schon ein krasses Nude. Aber ich finde es voll in Ordnung, wenn du jetzt zum Beispiel schönes buntes Augen-Make-up, schön glitzy glitzy, also im Gesicht funkelt und glänzt es und dann sowas. Das passt perfekt, finde ich. Ne, ansonsten bin ich auch nicht so für die Nude-Lippe, aber der fühlt sich auch total cremig an. Und ich lasse den auch noch in seiner Hülle hier. Mache ich nicht mit allen, aber das ist irgendwie was Besonderes, weil aus dem Paket und Colourpop und so. Lass mal. Siehst du, jetzt packe ich doch zu viel auf meine Lippen. Ich merke das jetzt schon. Okay, dann machen wir weiter mit den zwei Tuben, die ich ausmisten werde. Ich wollte es mal ausprobieren, aber ist nicht meine Welt. Das sind diese Tuben. Ist auch sehr unpraktikabel. Also das war die Catrice LE. Who I am. Da haben wir hier die zwei, wie nennen die sich? Lip Balm. Lip Balm mit Vitamin E. Aber es ist halt eine Tube und du musst es rausquetschen. Und irgendwie, ich drücke gerade ganz vorsichtig. Es kommt nichts raus. Was ist das denn? Also man muss hier, guck mal wie fest ich drücke. Seht ihr das? Hallo? Ist das bei der Tube auch? Wieso kommt da nichts? Ah, endlich lässt du dich blicken. Boah, guck mal hier, wie ich gequetscht habe. Also das alleine ist schon ein Grund, weil du willst mal eben, da musst du ja, da musst du aber viel, nee, dann ist es so hart, ist auch nicht meine Farbe, davon mal ab. Nee, das ist alles, alles nicht so gut durchdacht, Catrice. Also, boah, jetzt habe ich da schon die Decke eingesaut. Wartet mal. So. Es war mal witzig, ich dachte erst, ne, das ist mal was anderes. Aber gar nicht. Also irgendwie ist das fest. Das ist wie, nee, komm, weg damit. Das landet jetzt in eine Tonne. Das will keiner haben. Schade, es war irgendwie witzig. Ich dachte, vielleicht ist es ganz toll, aber nee, ist so unpraktikabel. Das fliegt weg. So. Ist auch mal befreiend, war. So, ah ja, aus der Club Tropicana von Rival Love's Me. Eine sehr schöne LE war das. Mit der Pappverpackung. Da gab es einen super Highlighter und einen super Blush. Habe ich beides. Und ich glaube, auch die Lidschattenpalette habe ich. Das ist, oh, der riecht nach Wassermelone. Der gibt einen Hauch von Farbe. Ja, so. Seht ihr? Das ist mehr wie so ein leicht eingefärbter Lippenballen. Pflegt gut die Lippen. Habe ich trotzdem bei den Lippenstift. Der bleibt auch. Ich mag diese Pappverpackung. Weiter geht es wieder mit einer Pappverpackung von Catrice. Wunderschön. Wunderschön mit den Rosen. Das war eine tolle LE. Und zwar die 01 Hidden Kiss habe ich. Und die LE hieß Secret Garden. Ein matt Lipstick. So, Secret Garden. Der riecht auch noch voll in Ordnung. Ich glaube, der riecht sogar, schaut mal, ist das nicht schön? Ja. So. Und ich meine, der wird auch nach Rose riechen. Schaut mal. Super schöner, matter, gut pigmentierter Lippenfarbton, würde ich sagen. Der riecht nach Rose. Oh, ist das schön. Der bleibt natürlich. Das sind Farben, die gehen. Ich muss nur mich da, ich muss wirklich mich in den Popo treten, dass ich das auch jetzt mal benutze. Ja. Und nicht nur in eine Schublade lasse. So, hier habe ich was. Oh, das ist auch schon ziemlich alt. Boah, habe ich glaube ich auch mal geschenkt bekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nach so vielen Jahren Just Have Fun. Ich weiß noch nicht mal, was das für eine Marke ist. Hier steht nur noch Just Have Fun. Ne. Hier habe ich schon lang. Riecht irgendwie nach nix. Und was haben wir hier? Das ist so, da bin ich ja mit, also riechen tut er noch gut. Ich weiß nicht, was das für eine Marke war. Ja. Also das gibt auch jetzt nicht, das ist mir eigentlich zu hell. Wisst ihr, und wenn ich schon überlegen muss, so, soll ich, soll ich nicht, dann tue ich jetzt sowas auch weg. Weil das ist, macht keinen Sinn, dass dann, das ist mir zu hell. Das gefällt mir auf den Lippen nicht. Kommt auch sofort runter. Früher habe ich oft überlegt, ich mache mir mal eben die Tasse ein bisschen sauber. Früher habe ich oft überlegt, und ja, komm und jetzt weg. So, dann habe ich hier, ja, das kommt noch nicht weg. Den habe ich mir, glaube ich, dieses Jahr erst gekauft von L'Oreal, diese neun Dinger. Die sind nicht schlecht. Wie heißen sie denn hier? Matt Resi, die 500, why not? Das sind diese neun Liquid Dinger hier von L'Oreal. Ich bin ja nicht so ein L'Oreal versessen. Gar nicht. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Hat diesen abgeknickten, ich mache den jetzt nicht drauf, weil das ist was Haltbares. Aber, das ist ein wunderschönes, knalliges Rot, und der trocknet, man darf es nicht zu dick machen auf den Lippen, dann trocknet der recht gut runter. Und ich habe den auch noch nicht so auf Herz und Nieren überprüft, weil den habe ich noch nicht so lange. Der wird erstmal, aber die Farbe ist schon schön jetzt für den Herbst, ne? Vielleicht auch für den Chorauftritt. Ja, mal schauen. Ich muss das noch ausprobieren. Dann habe ich hier so einen Stift. Den habe ich mir auch, glaube ich, den habe ich, glaube ich, gesehen bei Maxime Giacomo, beim lieben Maxime. Und dann habe ich mir den geholt. Aber ich glaube, ich habe den nicht in der Theke entdeckt. Dann habe ich mir den bei Douglas bestellt, dieses Jahr. Ein Matt-Pen. Das ist halt so ein Stift, den du anspitzt und dann ist das auch ein wunderschönes Weinrot. Ja, den muss ich auch noch öfters ausprobieren. Finde ich schön, ist nicht so groß. Ja, was haben wir hier? Ah, hier haben wir Art Deco Lip Javel. Das ist, ja, da bin ich jetzt hin und her. Das ist die Nummer 18. Pink, positiv. Und eigentlich ist es schön, schweres, schweres Gerät, sag ich mal. Schweres Geschütz. Und ja, der sieht wunderschön aus. Schaut mal. Der hat diese, diese goldenen, wartet mal, ich fahre den mal ganz raus. So, seht ihr das? Der funkelt halt so schön. Habe ich aber auch schon 4, 5 Jahre, riecht auch sehr, sehr gut noch, nur, jetzt zeige ich euch das auf dem Handrücken, das ist sowieso gar nicht meine Farbe. Ich habe ihn damals, glaube ich, wirklich nur wegen dem Gefunkel, ich glaube auch im Internet bestellt. Oh, jetzt war ich mit dem Finger hier schon drin. Ne, also das ist nicht meins. Ich mache ihn jetzt auch nicht auf die Lippen. Ist, weiß ich auch nicht, wird auch keinem anderen gefallen. Die tragen alle nicht so pink. Ich hatte mir damals erhofft, dass das nicht so pink, warum nehme ich das denn jetzt? Ich habe doch einen feuchten Lappen. Jetzt gucken wir mal hier und dann sieht man, ja, ich habe den noch nicht so, also auch der L'Oreal, den kann ich jetzt mit dem Tuch, hier war der, ganz gut wegputzen. Man muss das, dieses Liquid Lipstick, schön antrocknen lassen, dann hält das auch. Also der von L'Oreal hier, dieser hier. Ne, aber den sortiere ich jetzt aus von Art Deco. So, dann habe ich hier, den habe ich noch nicht lange, von Treaded Up aus der Color Meets and Care. Das ist auch mehr so ein Lippenstift als Pflegestift. Aber die Farbe ist schön dunkel, wo man erst denken würde, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber, ihr seht es hier schon auf dem Handrücken. Sehr schier. Nadine, wo rohe Kräfte walten. Okay, ich würde sagen, ihr Lieben, ey, okay, die Spitze ist weg. Haben wir schon mal ein bisschen Produkt, aber, also man darf den nicht so rausfahren. Okay, jetzt haben wir hier ein bisschen, irgendwie lässt er sich jetzt nicht mehr schön auftragen. Muss ich mal mit dem Finger verteilen. Direkt zerstört von der Kamera, Nadine. So, aber so geht es. Und das ist so eine Farbe, also man muss aufpassen, ich habe die Heizung hier an, wegen meiner nassen Haare und weil ich eben ein bisschen gefroren habe. Also den hier bitte mit Vorsicht, also im Sommer am besten gar nicht benutzen, wenn es warm ist. Aber ansonsten, was mache ich denn hier? Naja, ich würde sagen, jetzt haben wir hier so ein bisschen, ein bisschen Verlust, aber gefällt mir. Das ist so ein flauwe, lila Ton, der mir gefällt auf den Lippen, weil er nicht so intensiv ist. da haben wir hier noch so eine, da habe ich zwei von, ich glaube, auch dieses Jahr gekauft, von Essence, wollte ich mal ausprobieren, die Matte Liquid Lipsticks hier, die kennt ihr bestimmt. Ja, so, die sind auch wunderschön, die behalte ich noch. Also die haben so einen Applikator auch, da haben wir hier Rosy Nude, die 04 und ein intensiveres Classic Red, die 07. Ja, so, die behalte ich. Die habe ich nämlich noch nicht lange. Den habe ich auch noch nicht lange, den hatte ich mir jetzt irgendwann geholt. Ich glaube, das war unter den Produkten, ich kaufe mir Sachen, die ich eigentlich nicht kaufen würde und daraus ist hinterher richtig schönes Make-up entstanden und den habe ich mir im Zuge dessen auch geholt. Von Maybelline aus der Green-Reihe, gibt es ja auch nicht in jeder Theke. Das ist der Buttercream, der ist sehr cremig und zwar die 010. Ja, da brauche ich gar nicht, der ist noch top. Hier, der ist sehr weich, sehr cremig, sehr, sehr schönes, ja, Rosé würde ich sagen. Der ist wunderwunderschön, der hält jetzt nicht auf den Lippen, aber ist halt aus der Green Edition von Maybelline und das ist die 010 Lagun. Ja, der bleibt auch. So, dann habe ich noch ein Maybelline Vinyl Super Stay, wollte ich dann auch mal, hat jeder in die Kamera gehalten, dann dachte ich mir, gut, holst du mal, ne? Das ist die Farbe 10, Lippie heißt der. Ja, der hat auch so ein etwas krumm Stängel und dann ist das die Farbe. Ja, ist fast so wie der Buttercream, etwas intensiver. Ich kann mir den ja mal auf den Lippen machen und wir können ja dann mal gleich gucken, ob der hält. Ein Liquid Lipstick ist auch, ja, hier, und nicht erschrecken, ich bin da nicht so drin bewandert. Beim Auftragen. So, aber nicht die Zähne, Nadine. Aber die Farbe finde ich klasse. Hier habe ich so meine Schwierigkeiten beim Auftragen. Reicht erst mal. Ja, ich sehe es jetzt schon, also ich habe jetzt hier wieder ein bisschen, manchmal verlaufen die auch so ein bisschen, wenn man zu viel aufträgt, dann sieht das so aus wie verlaufen in den, hier in den Innenwinkeln. Aber ich muss sagen, so, erst mal, ich kann nicht so viel sagen. Ich hatte den jetzt ein, zweimal drauf und es war auch okay, hat auch lange gehalten. Ein bisschen die Lippen ausgetrocknet. Naja, ich nehme jetzt noch mal, ich tupfe mal einmal nur ganz kurz, ganz leicht nur gegen die Lippen. Ja, so, jetzt habe ich ein bisschen Überschuss schon mal abgenommen, damit der Schnelle antrocknet. Dann gucken wir gleich mal. Ja, dann habe ich von denen hier, von L'Oreal, und diese hier, die auch lange halten, haben nicht so die Lippen ausgetrocknet. Die 420, das ist die 420, und das, warum rieche ich immer dran, ist halt ein Ketchuprot. Hatte ich, glaube ich, damals, als ich das ausprobiert habe, euch gezeigt und viele meinten, das wäre passend, wäre auch genau passend zu meinem Nagellack. Also auch was für den Chor, was lange hält, deshalb bleibt das auch erst mal, weil das sind Sachen, die habe ich noch nicht lange. So, ich gucke mal, aber trotzdem jetzt habe Angst, dass ich hier mich versauere und ihr seht schon, ja, dass manche Sachen, so wie der hier von Maybelline, den ich jetzt auf dem Lippen habe, dass die schon gut eingezogen sind. Oh ja, und der hier von L'Oreal, den ich gerade eben vor ein paar Sekunden erst aufgetragen habe, das Ketchuprot, will gar nicht mehr meine Hand verlassen. Daran seht ihr schon, tolle Qualität. Was heißt Qualität, also Haltbarkeit. Habe ich mal eine Pantoffel verloren. Ich trinke mal. Es ist kaum was am Rand. Komm her, Pantoffel, ich kann nicht ohne dich leben. Schlappen habe ich verloren. Egal. Machen wir mal weiter mit Catrice. Auch eine Pappverpackung. Hier, schön. Jetzt juckt die Nase. Das hatte ich vorhin, ist vegan. Mein Mann hat im Moment so Halsschmerzen, der kränkelt rum. Ich hoffe, der hat mich nicht angesteckt. 01 Rosi, Rosi, Rosiworth, Limited Edition, Pure Simplicity. Aus der Pure Simplicity ein noch gut riechender Lippenstift in dieser Farbe. Oh, muss man ein bisschen fester drücken. So was hatte ich natürlich eben schon mal. Also es ist, aber ich lasse den trotzdem noch. Das ist eine Farbe, da würde ich sagen, der hält sich gut. Das ist eine Farbe, die trage ich. Ja, das bleibt. Oder soll ich, nee, komm, lassen wir. So, dann habe ich hier Art Deco aus der Lip Javel Reihe, wo ich den Pinken hier aussortiert habe. Habe ich dann noch Summer Lights, die 36. weiß ich nicht mehr genau, ob der mir gefallen hatte. Der hat auch dieses wunderschöne Gefunkel. So, da ist, seht ihr, das ist ein Nude mit Schimmer. Da habe ich natürlich Liquid Lipstick drauf. Das ist toll, Nadine, weil der geht ja irgendwie nicht mehr so gut weg. Ihr könnt es, also er trocknet gut an. Ich versuche es mal hier mit dem Tuch. Der ist schon gut angetrocknet hier von Maybelline. Habe ich letztes Mal auch gemerkt, da musste ich richtig einen ölhaltigen Augenblick abentfern da, damit ging es dann. Ah, seht ihr das? Der ist schon richtig, der ist gut. Der ist gut. Egal, ein bisschen habe ich ihn runtergekriegt, ich packe mir mal das drauf. Ist schon außergewöhnlich. Oh ja, oh yeah. Äh, für Weihnachten. Es kommt auch da aufs Augenmake-up drauf an. Und war das mich jetzt nicht so, es ist ein bisschen komisch, aber der Pinke geht gar nicht auf meinen Lippen. Aber einen möchte ich gerne behalten von den Lipjavels und den behalte ich. Das geht. Gemischt, das ist jetzt nicht so, dass mich das so abstößt, dass ich sage, oh nee, aber Pink geht, so ein knalliges Pink geht gar nicht. Nein, der Lipjavel bleibt. So, genau, den lassen wir drauf. Mein allerältester Lippenstift, wo ich jetzt meine, den zeige ich euch zum Schluss und der immer noch gut riecht. Ob er mir auf den Lippen noch gefällt, weiß ich nicht. Bleibt bis zum Schluss dran. Und wehe, ihr spult vor. Es kommen noch tolle Schätze. So wie Catrice. Catrice finde ich immer schön. Schöne Verpackung. Das wird auch limitiert gewesen sein. Oder auch nicht. Hier steht drauf, 03 Dazel Light. Oder? Doch. Äh, Glitter, Glitterholic. Glitterholic. Der sieht da ein bisschen komisch aus, oder? Bin mir nicht sicher. Oh ja. Habt ihr das gesehen? Da musst du richtig, und dieses Stoppen, der lässt sich gar nicht mehr schön auftragen. Ach. Ich bin mit dem, huch, ich, nee, den misste ich aus. Der ist mir suspekt. Der ist irgendwie komisch. Das stoppte so. Wenn, wenn ihr so ein Lippenstift, au, jetzt hab ich hier das gefunkelt von dem hier, von dem hier. Ah. Krieg ich das wieder weg? Aber der hier von L'Oreal, also von L'Oreal, diese Dinger hier, die sind, die ziehen auch gut ein. Ja, egal. So. Krieg ich nicht mehr ab. Ja, schaut mal. Seht ihr das gefunkelt? Dann nehm ich jetzt den Handrücken. So, hier hab ich zwei, sehe ich gerade, das sind die gleichen von Alverde, mit diesem Diamant. Die könnte es noch geben. Ich glaub, so lange hab ich die noch nicht. Das sind diese wunderschönen grünen von Alverde. Ist ja nicht. Naturkosmetikmarke vom DM. Ich hab die 010 Rosy Saphir. Haltbar, hier steht drauf, ich glaube bis, ähm, bis August 22 ist noch nicht so lange rum. Ah ja, irgendwie, der Drehmechanismus funktioniert nicht mehr so gut. Komm, komm, zeig dich. Schaut mal, das ist die Farbe, ich drehe. das tut sich gar nix. Ey, na gut, pass mal auf. Hier hab ich eh Lamette auf die Lippen. Ich swatch mal, ja, ich als, ich mach mal hier jetzt. Seht ihr? Ist auch sehr, sehr nudig, aber schade, äh, ne. Okay, kommt der weg, der Drehmechanismus ist in ne Fritten, sowas brauche ich nicht. Schade, schade. Aber es war auch ein krasses, wusste ich gar nicht, dass ich mir so ein Nude geholt hab mal. So, und die Farbe, ein 30 Achat, das ist 30, aber der funktioniert auch noch. So sieht der nämlich aus, schön wie so ein Kristall. Ihr wisst, ich liebe Edelsteine. und, ähm, mach ich mal hier hin. Ja, der ist schön. Ah ja, der hat so, seht ihr das, so ein Leuchten, äh, ähm, wie sagt man dazu, so ein Glanz einfach, ne, der leuchtet richtig schön. Hat auch ein tolles Gefühl auf den Lippen. Also man hat so ein, so ein weiches, so, so wie der Buttercream hier. Was ist denn jetzt los? Oh, ich muss eine Pause machen. So ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Ich denke, ihr habt das eben auch gesehen, das Bild, also zumindest mein Display wurde sehr dunkel und dann war diese Temperaturanzeige. Die Kamera ist zu heiß geworden. Ich hab jetzt eine kleine Pause gemacht, hab das genutzt und mit, ähm, den nehm ich immer. Damit geht alles runter, auch von den Lippen. Genau. Und wir waren stehen geblieben mit dem Teilchen hier. Den hab ich noch auf den Lippen. Ich find den schön. Es ist vielleicht nicht jedermanns Finish. Dieses, dieses glänzende, ich weiß, Pelmut mäßige. Aber ich mag es. Nicht immer, aber immer mehr. Immer egal. Ich hab mal auch eine frische Tasse Kaffee gemacht, aber nur einen kleinen Kaffee in einer großen Tasse. Wir machen jetzt, ähm, ich kann euch nicht alles watchen. Es ist noch einiges hier drin. So, dieses Teil von Catrice war die LE Wild Escape. Ja, die war auch sehr schön. Das ist auch mehr so ein Stift und man muss aufpassen, das ist die Nummer, die 03. Ähm, wenn ich den hier rausdrehe, der lässt sich nicht mehr zurückdrehen, ja. Du drehst den raus, aber er geht nicht mehr rein. Ja, sieht so aus und, ähm, ist ein wunderschönes, glänzendes, ja, schon knalliges, aber eher so ein kühleres Rot, ne, finde ich. Ähm, den behalte ich, den, die LE kam dieses Jahr erst raus. Man muss nur dran denken, du kannst ihn nicht wieder zurückdrehen, also nicht rauskurbeln, hier, guck mal, und dann, oh shit, ne, hier ist der abgebrochene Stöpsel. So, den hab ich auch noch nicht lange, der bleibt auch, das, ach nee, der war das, glaube ich, der hat meine Lippen auch sehr ausgetrocknet. Das ist von Maybelline, der Superstay Inc. Der hat hier so eine Sonder, äh, weiß ich nicht, war, glaube ich, limitiert, aber den gibt's auch in Normalo. Äh, das war die 50, die 50. War das der? Nee, der war das. Also zum, doch, doch, ich glaube, ja, das ist einer, der länger auf den Lippen bleibt, ein Superstay. Ähm, ist er auch ein schönes Rot. Und ich meine wirklich, das war, ich bin, ich muss den noch mehr testen, irgendeiner von denen, ich bin mir nicht mal sicher, hat meine Lippen stark ausgetrocknet. Ich meine, das war der Superstay. Ich hab den aber erst einmal auf den Lippen gehabt. Es ist aber noch nicht so, dass ich ihn jetzt aussortieren würde. Dafür ist er noch zu frisch. Den hab ich mal geschenkt bekommen von L'Oreal, ein Lippenstift. Schöne, edle Verpackung. Den hab ich, den hatte ich, glaube ich, mal in der Zuschauerpost. Die 113 Blazing Rosé. Der hat hier so einen Kern, so einen Pflegekern, würde ich mal sagen. Und ich swatch den mal hier. Ja. Ist ein schönes, ist eher so eine, ja. Also ich sag mal so. Ähm, nee. Ich mach mir mal den von, ähm, Alverde runter. Das ist jetzt schon so ähnlich wie der von, von Mac eben. Der orangefarbene. Wo ich erst immer denke, mh, aber mit dem passenden Make-up und, ähm, wenn ich den jetzt so sehe, also vom Swatch her, würde ich sagen, nein, hätte ich nicht mitgenommen. Aber so, auf den Lippen, was meint ihr? Also ich finde ihn dann wiederum ganz okay. Nee, was heißt ganz okay? Ich mag ihn. Schön. Und von L'Oreal ist das, glaube ich, der einzigste. Ich hab sonst, glaube ich, außer jetzt die Liquid Lipstick-Dinger. So, der bleibt. Catrice, was haben wir hier? Das war eine Disney, ach, Winnie the Pooh auch. Hier, da haben wir den anderen Kollegen. Winnie the Pooh, und zwar die 010, ist auch wie so ein Lipbalm. Das ist die 010 jetzt und ihr seht, der gibt nicht viel Farbe ab und ist ein wunderschönes, natürlicher Lippenfarbton. Der bleibt natürlich. Da haben wir den anderen, ne? Genau. Da haben wir jetzt hier Tigerlily. Ich bin jetzt kein Winnie the Pooh-Fan, aber ein Disney-Fan, deshalb muss das. So, den hab ich auch mal eben ausgewaschen. Ich hatte ja so viel Lametta hier auf der Hand. Ein bisschen was ist noch, aber geht. So, hier haben wir noch, hol ich mal beide raus, noch mal zwei Maclipies. Da bin ich jetzt mal gespannt. Trick, ein Satin-Finish, der heißt Trick. So geschrieben. Ist Standard-Sortiment. Riecht ein bisschen nach Knete. Ist ein bisschen dumpf, aber ist schon eine schöne Farbe, ne? Habe ich aber auch schon länger im Sortiment. Ne, der kommt weg. Der riecht nach Knete. Der fängt schon an, komisch zu riechen. Schade. Aber gut, die Maclipies, damals war ich so ein bisschen auf dem Mac-Trip, als ich mit YouTube anfing, hielten aber auch viele, diese, ja, gerade den Viva Glam Five, der war in aller Munde. Aber jetzt, habe ich schon Ewigkeiten nichts mehr vom Mac gekauft. Was ist das denn? Die 630, Danger. Irgendwas mit Danger. Jetzt kommt die Gefahr. Der riecht wiederum noch ganz okay. Hier haben wir Danger. Uh, der ist wirklich Danger. Oh. Das ist jetzt so eine Sache. Ne, den trage ich nicht. Der ist mir zu krass. Der ist auch mehr so ins Dunkel, also Rot mit Pink. Ne, der kommt auch weg. Ne, das ist zu viel Danger. Den fand ich damals cool, das weiß ich noch. Ich glaube, den hatte ich sogar auf den Lippen. Aber jetzt, dann lieber so was. Es ist auch so eine farbintensive und so eine dunkle Farbe. Wenn du die nicht richtig akkurat aufträgst, das sieht nicht aus. So was hier kannst du mal eher, wisst ihr? Und darauf stehe ich. So, dann haben wir hier eine weitere Disney Princess Le. Hier haben wir sie. Wie heißt du denn? Belle. Das ist Belle. Ein Lip Balm, die 0,20. Oh, ist die schön. Guck mal. Auch mit Lametta. Aber, wie heißt ein Lip Balm? Muss ich mal auf den Lippen. Man sieht kaum was. Ähm, Moment. Mal den L'Oreal runter. Oh ja. Nein, der bleibt. Das, ähm, ich dachte, der wäre zu nudig. Ähm, der ist schön. Den muss ich, so was muss ich auch mal so Lip Balm mäßig, auch gerade hier wie der Tropikaner, die muss ich dann auch mal so mehr, darf ich nicht, vielleicht muss ich allgemein eine neue, ähm, ich darf die nicht alle in so eine Kiste rein busseln, weil dann hast du keinen Überblick. Ich muss mir das irgendwie anders sortieren, damit ich sowas auch mal, dann greift man da auch zu. Alles in so eine Box ist nicht gut. Ne, muss ich anders sortieren. Aber so ist das schön. So, weiter geht's mit M.asa, Magic Finish. Den hatte ich, glaube ich, im Adventskalender. Ne, oder? Ne, warte mal. Den habe ich mir, glaube ich, selber gekauft. Das ist nämlich Holiday Crush, aber ich bin mir nicht sicher. Ne, oder? Auf jeden Fall ist der noch nicht so alt. Ja. Das ist so ein schönes Lips But Better Gedöns, der bleibt, der ist auch noch nicht so alt. Lips But Better. Der hier, ja, der ist von Clorant, oder wie heißt die Marke? Hier ist das C. Ähm, Grenadine. Den habe ich mir geholt, und da könnte mein Name drin verbusselt sein. Nadine heiße ich ja. Grenadine. Und ich glaube, da siehst, hier steht das C. Ich meine Clorant. Hier, schaut mal. Ich bin mir nicht sicher. Hier, da steht ein C hier oben. Riecht eigentlich noch ganz okay. Oh, ist aber schlierig. ist nicht ganz so farbinter. Jetzt habe ich mir aber die hier. Muss ich mir auch für Lippen machen. Äh. Ja, der ist auch so buttermäßig. Ich glaube, das ist Clorant gewesen. Ich mache das jetzt nicht schön, aber selten. Ne, der ist schön. Er ist nicht ganz so heavy. Ähm, aber ich meine, das wäre Clorant, ne? Clarins geschrieben. Jolie Rouge, die 732 ist das. Bleibt auch noch. Ja, doch, gefällt mir. Ich nehme mal einen. Ne, komm, wir kriegen das da mit. Ähm, ja, nein, es ist, ähm, gut, dass ich mal wieder durchgehe. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Lippen, wann ich zuletzt, äh, mal, ich, also das letzte Video, was ich durch Zufall eben gesehen habe, ich mache mir ja keine Listen, ne? Bin ich ja faul. Keine Playlist oder so. Ähm, ich glaube, vor vier Jahren, vor drei oder vier Jahren. Deshalb jetzt mal wieder Zeit. Dann habe ich von Lavera ein. Lavera, da ist voll hier, über Lavera ist hier der Stöpsel, der Stempel. Aber das ist Lavera, da sieht man es so ein bisschen. Ist auch Naturkosmetik. Burgundi Red, die 43. Holla. Riecht noch vollkommen in Ordnung. Steht dann hier ein Ablaufdatum. Äh, sehe ich jetzt nichts. Hoho. Das ist so ähnlich wie der von MAC eben. Aber, ich meine den hier, den, wo ist er? den Danger. Hier. Das ist der MAC Danger. Ne, der ist noch dunkler. Seht ihr? Ähm, der von MAC, der ist mir einfach zu dunkel. Aber der hier, von Lavera, ich glaube, ich kann mir, wir gucken mal, ob ich den mir relativ zügig, habe ich auch noch nicht oft, auf die Lippen gehabt. die Spitze ist noch so schön spitz. ja, jetzt ein bisschen schneller. Er ist schon intensiv, aber er, er ist nicht so, also der bleibt auf jeden Fall, den mag ich. Der fühlt sich noch sehr, sehr gut an auf den Lippen. Burgundi Red, die 43 von Lavera, die bleibt. Die bleibt, die bleibt, die bleibt. gut, dass ich gleich noch eine Wäsche anstellen muss. So, was haben wir noch? Eine, ach, dem Dschungelbuch. Ich glaube, das war auch dieses Jahr, ne? Hier, Dschungelbuch. Ich liebe das Dschungelbuch von Catrice. Die Limited Edition ist auch ein Lip Balm, steht hier, die 0,30. Und hier haben wir auch eine wunderschöne Stanzung. Ja, das ist auch was Schieres. Seht ihr? So ein Lips But Better Ton, der bleibt auf jeden Fall. Der riecht auch noch gut. Wie gesagt, ich glaube, letztes oder dieses Jahr sogar. Oh, von Santee. Wo habe ich den denn her? Diesen blauen. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Das ist Lipstick Nummer 14, steht hier. Sonst nix. Nummer 14. Riecht nicht, riecht nicht, stinkt nicht. Ja, ist auch so, eher so ein Nude Ton. Den muss ich einmal auftragen, glaube ich. Den muss ich einmal auftragen, ob er mir nicht zu karamellig ist. Er hat auch so ein, der schimmert auch so. Nee, gefällt mir nicht. Irgendwas hat er jetzt. Nee, der gefällt mir nicht, kommt weg. Ist auch Naturkosmetik, habe ich schon ein bisschen länger. Oh, meine Armenlippen. Schmeckt auch komisch auf dir. Also, wappig irgendwie. Manchmal ist es auch, dann vielleicht das Gefühl, einfach, was dir dann sagt, tun wir lieber weg. So, dann habe ich hier so ein längeres Teil. Was bist du denn? Per, Parisien Lips, Lip, Stylo. Ich kann kaum was lesen. Ich weiß nicht, woher der ist. Ich dachte, der hätte zwei Seiten. Oh, kann man gar nicht lesen. 0,2, ich weiß gar nicht, welche Marke das ist. Oh, der ist aber schier. Was ist das denn? Guck mal. Ich trage, aber, unheimlich weich und schön. Hat so, ja, so ein bisschen beheriges, also nicht dieses knallige Pink. Es geht ein bisschen ins Rosé Pink. Der fühlt sich aber toll auf den Lippen an. Boah, ich stehe echt auf dem Schlauch. Das ist hier so klein. Ich weiß nicht, woher der ist. Vielleicht weiß das jemand von euch. Ach, hier steht es. Lancome, ich Wurst. Den habe ich geschenkt bekommen. Lancome, ich glaube, von meiner lieben Schwägerin. Das ist ein Lancome. Boah, wusste ich gar nicht, dass ich hier so high-end mäßig auf dem Posten bin. High-end. Doch, Lancome ist glaube ich schon high-end, aber der fühlt sich schön an. Es ist, geht ins Pinke, aber dadurch, dass der so schier ist, ist das okay. Dann habe ich hier L.O.V, also Love, Miriams Rosewood. Das sind diese hier. Es gab ja mal mit dem Magnetverschluss. Okay, sehr gut demonstriert. Ja, das ist ein schönes Rosé. Der riecht noch vollkommen in Ordnung. Ich werfe den jetzt noch nicht weg. Ich habe ein paar Rosé-Töne, aber der, der bleibt noch. Der ist auch richtig schwer und die Waden, die sind wirklich toll. aus der Color & Care Lipstick-Reihe ist der. Dann habe ich glaube ich noch einen, oder? Ja, hier habe ich noch einen und der heißt Brave Nude, die 600, 610 von Love. Oh, das ist aber ein dunkles Tönchen, jetzt für den Herbst vielleicht. Brave Nude. Oh ja, wie bin ich denn da hingekommen? Oh, den muss ich nochmal testen. Der mir steht, vielleicht habe ich den, Ah. Ne. Guck was ich für ein Gesicht ziehe. Den habe ich mir nicht selber, den habe ich bestimmt mal irgendwo gehabt. Ne. Öh, ne. Gut, dass ich ihn auch für Lippen gemacht habe. Ne. Das geht gar nicht. Da sehe ich aus wie ein Geist. Schnell weg damit. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So morwig mit so einem Grauschleier. Weg damit. Dann habe ich von Love. Ja, der bleibt noch. Das ist so einer, ein Forever Rosé Reacting. Der, ähm, der Reacted. Also ist auch so ein PH-Gedöns. Sehr schön mit der Rose. Von der Marke Love. Habe ich mir, glaube ich, mal online bestellt. Also der gibt hier so, riecht auch angenehm. So, und dann seht ihr aber gleich, dass der pinkstichig wird. Aber nicht so krass auch. Unheimlich toll pflegend und den muss ich auch mal in die Handtasche packen. Der ist sehr pflegend von Love. Ja, hat einen tollen Glanz, hinterlässt der. Fühlt sich auch unheimlich pflegend an und hat die Bezeichnung. Wer das gerne jetzt mal aufschreiben möchte, muss halt stoppen. Unheimlich schön und Reacted auch nicht heftig. Ganz wenig. Bei mir jetzt, ne? Jo. Genau. Dann habe ich von Kik. Von Kik hat die früher mehr. Und die waren aber auch irgendwie da nichts mehr für mich. Das hier ist der Clou. Hier oben drückst du und dann kommt er hier unten raus. So, das ist ein die 109. Lest mal selber. Goss irgendwas hier. Ganz komisch geschrieben. Ja. Den habe ich auch schon länger. Hat dann hier das Kiko-Logo. Die Farbe sieht erst mal gar nicht verkehrt aus. Ja. Ja, also der Love hier, der Reacted ganz kurz. Also die Farbe ist schön. Hm. Nee, kommt weg. Ich weiß nicht warum. Hat, äh, oder? Boah, da bin ich jetzt. Nee, kommt weg. Wenn ich so lange, ich habe es eben gesagt, wenn ich so lange überlegen muss, der kommt weg. Auch von den Lippen. Nee, irgendwie auf den Lippen. Er ist cremig, aber den habe ich bestimmt auch schon sieben, acht Jahre. Also deshalb. So, dann habe ich hier noch einen Maybelline Superstay. Den habe ich aber schon länger. Der ist nämlich fast ganz unten in der Kiste. Und das ist die Nummer 105. Die 105. Riecht noch typisch so ein leicht süßlicher Maybelline Duft. Oh, der geht dabei ins Braun. Wie bin ich da denn dran gekommen? Ha? Nee, den würde ich auch, hm, hm. Den würde ich auch seltenst tragen. Und der ist schon älter. Der kommt weg. Das ist nicht, das ist mir zu braun. Der geht mir zu ins Braune. Ah, ah. Weg. Der kommt weg. Dann habe ich hier noch einen, ach, aus der Essensreihe hier. Wo habe ich sie? Auch aus der Matte Liquid Reihe hier. Acht Stunden. Habe ich noch einen Ton. Und zwar, der bleibt dann, oder habe ich den schon länger? Ich rieche mal. Nee. Der ist noch in Ordnung. Ist ein schönes Nude. Rosé, nicht Nude. Nude. Alles Nude im Moment. Dein bleibt auch noch. Dann habe ich von Essence den Perfect Shine Lipstick. Boah, der ist glaube ich schon älter auch. Weiß nicht, ob es die noch gibt. Und zwar die 05. Das sieht aus, als hätte ich da reingebissen. Guckt mal. Hier oben an der Kante. Äh. Oh ja. Nee. Gefällt mir nicht vom Farbton. Ist so ein schlieriges. Nee, da ist das besser. Nee. Riecht noch in Ordnung, kommt aber jetzt weg. Trage ich nicht. Dann habe ich ja einen von Avon. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Avon. Das ist auch noch nicht so lange her. Tolle Verpackung. Und zwar, oh, Berry Blast. Oh ja. Schöne Aufmachung, wie so ein Kristall. Sorry. Kratzen im Hals. Den habe ich nicht. Avon habe ich nicht. Oh, er ist auch eher matt. Komm, ich mach mal. Äh. ist so ein bisschen wie der Danger. Habe ich jetzt nicht schön aufgetragen. Also das ist eine Farbe, da muss man aufpassen. Das ist schon. Da bin ich ehrlich, den würde ich dann auch nicht tragen, weil der mir einfach das, ich kriege den nicht schön aufgetragen. Da kann ich mich noch so bemühen. Dafür habe ich aber den einen dunkleren, da weiß ich aber, wen ich fragen kann noch. Der ist ja noch in Ordnung. Also, also die, die ich jetzt aussortiere, die aber noch in Ordnung sind, so wie der von Avon, frage ich im Freund des Familienkreises. Aber alle anderen, die so, wo ich denke, die stinken, die werfe ich natürlich weg. Ah, da haben wir hier genau, die hatte ich doch, siehste, dann habe ich die nämlich schon. Ich hatte doch letztens einen Adventskalender angeboxt von Catrice den. Und da waren die drin. Aber das sind die, die ich schon hatte. Die habe ich mir also schon mal gekauft. Die Power Plumping Geldinger. Ja, aus der Flower and Herb Edition. Dann haben sie die bestimmt auch sortiert. Die 0,30. Das ist so ein, riecht süßlich. Habe ich auch noch kaum getragen. Ein rötliches Tönchen. Und dann haben wir hier noch aus der gleichnamigen Reihe Power Plumping Gel Lipstick von Catrice, die 0,20. Und einen werde ich nur behalten. Und ich weiß auch schon welchen. Der hier geht zu sehr ins Pink. Ich sortiere den aus und den hier behalte ich. Der geht noch. Dann mache ich weiter mit einem Vibrant Setting Lipstick von Douglas. Oh. Das sind so eckige Dinger hier. Aha. Das ist die Farbnummer 11. Ne, warte mal. Doch. 11. Oh, ist wieder so ein dunkler. Aber ich glaube, der geht eher ins Rot und nicht so ins Behrige. Oh, ist der cremig. Muss ich mal einmal auftragen. Den habe ich auch selten genutzt. Boah, ja. Wunderbar auf den Lippen. Hat auch übrigens so einen schönen Magnetverschluss. Den behalte ich noch. Den behalte ich noch. Ja, doch. Also das, dieses hier hat ein unheimlich tolles Lippentragegefühl gerade. Dann habe ich von Catrice hier Oh My Glitter, den 010. Das ist so ein Color Changing Lipstick. Dieses Teil. Ja. Den habe ich glaube ich auch noch nicht lange. Ne, der sieht so aus. Auch wunderschön. Und der reagiert auch mit dem Den behalte ich auch noch. Der ging. Ich dachte erst, der wäre zu pinky. Obwohl, obwohl. Oh, der reactet aber ganz schön. Hier, guck mal. Aber der bleibt noch. Dann habe ich von, ach, das könnte der sein. Wo ist jetzt die Verpackung? Ich hatte ja hier die leere Verpackung und zwar die 04. Ja, das ist er. Ein Silberner von Art Deco. Die 04. Und zwar ist das ein 04 Bilberry Oasis. Ein Hydra Care Lipstick. Genau. Der riecht noch gut. Der ist schon etwas älter. Irgendwie sieht der aus. Da könnte man so reinbeißen, oder? Ja, so ein bisschen finde ich. Ist ein schöner Herbstton. Schaut mal. Ich glaube, der ist heftig von Douglas. Moment. So. Ja. Schön auf dem Stuhl. Oh ja. Der hat halt dieser, einen schönen Pflegekern. Und schön voll über die Zähne. Das ist wieder, den muss ich unbedingt jetzt tragen, weil der ist schon ein bisschen älter. Kommt hier wieder rein. Der hat ein angenehmes Aroma. Steht denn hier? Hier steht drauf. Ich meine, hier gibt es auch Deutsch, oder? Dreifach Pflegeeffekt. Für weiche und geschmeidige Lippen enthält Hyaluronsäure, Peptid und indisches Pflanzenextrakt. Parabenfrei. Fühlt sich sehr, sehr angenehm an und ist eine schöne, leichter Herbstton. Jetzt finde ich, ne? Hier sehen wir den nochmal. Da. Ja, toll. Ja. Ist nicht mehr ganz so viel. Ich hoffe, die Kamera heizt sich nicht wieder auf. Ach, hier haben wir noch einen von denen. Hier. Das war eben, genau, das war die Limited Edition, meine ich doch, war? Ja. Pure Simple City. Hier, das war eben die 01 und jetzt habe ich hier die 04. Plopp. Oh, der ist aber dunkel. Sieht noch gut aus. Oh, der ist aber stoppig. Ah, und das ist, ja, ich weiß nicht, früher, das ist einfach mir, ne. Ich trage diese dunklen, dunklen, bärigen Pflaumentöne, der stoppte gerade auch so komisch. Riechen tut er noch gut, aber das ist nicht meins. Das, dem würde ich nicht so aufgetragen bekommen, so einen farbintensiven, dunklen, nee, muss weg. Catrice, äh, Limited Editions, kann ich nicht mal lesen, irgendwas mit Sparkle, ist leider ein Satin Lipstick, 02, kann man leider auf dem Etikett da oben nicht mehr lesen. Ähm, ist auch schon ein bisschen älter. Ah, wieder so ein dunkler. Gar nicht benutzt, vielleicht einmal geswatcht. Wir machen den mal hier neben. Der ist aber nicht so dunkel. Der ist heller. Wir testen es mal einmal. Riechen tut er noch gut. Aha. Ja, doch. Mhm, den, den lasse ich mal noch. Das ist eine Farbe, finde ich, ne, das, das, das lässt bei mir. Das kann, will ich jetzt auch so, aber der hier, der hier geht mehr ins Rot, herbstliche und das ist so ein kaltes, ja für den Winter, aber ich, ich trage halt selten solche Farben. Selten und vielleicht, ja, vielleicht einmal in zehn Jahren, dafür reicht es dann auch nicht, dass ich ihn behalte. Dann haben wir hier einen, was ist das denn? Rival Loves Me, so cozy. Oh, ich glaube, die LE ist noch gar nicht so lang, oder? Vertue ich mich, weil Rival Loves Me, ein Kea Lipstick auch. Okay. Ein Kea, das heißt, der gibt wahrscheinlich jetzt nicht so, aber solche Farben habe ich zuhauf. Ist halt so. Lips Bad Better Ton, Ne, den tue ich weg. Habe ich jetzt zuhauf, diese Töne? Vielleicht freut sich da noch jemand anderes drüber. Mal gucken. Oh, jetzt habe ich hier nochmal zwei Sante. Den habe ich ja schon, weil er so komisch riecht, aussortiert. Das habe ich hier noch zwei Kandidaten aus der Reihe. Jetzt bin ich gespannt. Das war eben, den ich aussortiert habe. die Nummer 05. Jetzt habe ich hier noch die 06 Hazel Red. Ist auch komisch, oder? Die haben diesen Duft. Aber nee, nee, das ist auch nicht so meins. Das ist so ein Ketchup Rot. Das sehe ich schon. Ketchup Rot, kommt mir nicht aufs Brot. Auf die Lippen. Die 03 Wild Move habe ich hier noch. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ja. Haut mich auch nicht um. Kommt auch weg. Was steht denn hier drauf? Zwölf Monate haltbar. Nee, komm. Nee, irgendwie sind die Sante-Dinger, habe ich auch schon länger. Ist nicht vom Gefühl her. Das Gefühl sagt mir, tu weg. So, warte mal, dann machen wir, oh, jetzt guck mal, mein ältestes, ich glaube, das war mein allererster High-End Lippie von Goulon. Goulon hatte ich damals die Metroiden-Pärlen. Das ist ein, den nimmst du hier so raus und dann geht hier ein Spiegel auf. Guck mal. Ist das nicht cool? Und das ist, der ist schon uralt. Aber, riecht noch vollkommen in Ordnung. Ich sehe auch keine Schimmel, äh, Schimmel-Dingsbums. Der hat halt so eine schönes, schöne Farbe, ist auch kein, seht ihr, also der ist schon schier. Soll ich ihn drauf machen? Den halte ich noch. wenn der jetzt stinken würde, würde ich sagen, weg damit. Äh, beziehungsweise würde ich das, glaube ich, weiß gar nicht, kann man das wieder auffüllen? Ne. Der ist toll. Vielleicht sollte ich mir das zur Aufgabe machen, dass ich den bis spätestens nächstes Jahr aufbrauche, weil er so alt ist. Kann man die dann, weil das hier, kann man die Nachfüller, also gibt es so Nachfüller, weil das ist ja toll hier mit dem Spiegel. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, es gibt Nachfüller. Wow. Ach so, die Farbezeichnung ist Berry 0, nee, B20. Berry B20. Aber der ist, neun Jahre ist er, glaube ich, wenn nicht zehn. Du bleibst. Weil das ist so ein, das war mein erstes, boah, was war ich happy mit dem Spiegel so. Nee, der sieht schön aus. Ist ein schieres Ding, ne? Und Goulois, da hatte ich damals die Metroidenperlen, da habe ich auch noch was von. Nee, der sieht schön aus und der, der gefällt mir, ja. Dann habe ich von Revolution, ich glaube, den hatte ich mal im Adventskalender. Eine, was ist denn das hier für eine Farbe? Ach, guck mal, genau, da kann man hier hinten, dann hat man hier auch noch mal, ach, du ahnst es nicht. jetzt reiße ich mir hier alles runter. Hier ist noch Lippenprodukt hinten, wusste ich früher auch nicht, hier im Hinterteil, wofür das jetzt gut ist. Was mache ich denn hier? Das ist, ne? Und hier vorne hat man die Farbe, ach, jetzt bin ich, ist schon wieder zu heiß. So ihr Lieben, jetzt aber noch mal, wir haben, der Kamera war es wieder zu heiß. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht, ja, gut, ich quatsche ja auch, aber es ist, wir schaffen das. So, und zwar, ihr Lieben, der von Revolution, der hat halt hinten im Popo noch so einen Deckel hier mit Ersatztinte und das ist die Farbe und ich glaube, den, der ist mir zu Nudie und ist auch jetzt nicht so besonders und sowas ähnliches, habe ich, deshalb werde ich den auslesen, sortieren und da hatte ich noch wohl dann einen von im Kalender, der hat auch hinten so eine Farbe, weiß nicht, wofür das gut sein soll, könnt ihr mir ja mal schreiben und was bist du? Ja, der geht mehr so ins Rosenholz, ne? Ist jetzt auch nicht so spektakulär, deshalb packe ich den mal zur Seite, der kommt raus. Wir wollen ja gleich noch gucken, was ist mein allerältester? Catrice, der hat aber eine schöne spacige Verpackung. Oh ja, die 02 Kiss O'clock, das war die Pearl Glaze LE. Hoho, ja, das sieht aber toll aus, guckt mal. malst du auch? Ja doch, der ist so, guck mal. Du denkst erst, Wahnsinn, aber es ist ein schieres Teil. Mal gucken, wie der auf die Lippen performt. also das ist, äh, ja, ha, hat mehr Lametta irgendwie wie alles andere. Ne, kommt weg, wann trage ich das? Das glänzt, aber es gibt kaum Farbe auf den Lippen ab, ist irgendwie, ne, komm weg. Das ist wieder, da kenne ich mich, ne? Und nur, weil es schön die Verpackung aussieht und so, ne, ne, mal weg machen. Weg machen, weg machen. So, weiter geht's. Dann haben wir noch eine schöne Verpackung, wo gar nichts steht. Doch, hier unten. Und zwar, Le Président rief, ich kann nichts erkennen. Also, das ist mir hier, äh, schaut mal, wie klein das geschrieben ist. Ich kann nicht erkennen, was es ist. Vielleicht kann von euch jemand das. mir kommt es so vor, als war es ein hochwertiger. Ach, hier steht was, Laura, was heißt das hier? Guckt mal, da steht, was seht ihr das? Laura irgendwas. Laura, habe ich mir da denn geholt? Oh, das ist so ein Jüdiger. Aber, ich glaube, der war ganz schön teuer. Der ist aber weich. Wow. Ich finde die, auf, äh, den Auftrag nicht so toll, weil der ist einfach so, ne? Aber gut. Es ist jetzt, wenn man es sieht, doch, bleibt erst mal. Schreibt mir mal. Ich kann das sein, Laura, Möss, 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 oder so. So einen Namen gibt es, glaube ich, ne? Irgendeine Laura, ähm, bleibt erst mal. Ist irgendwie ein schöner, Nude-Ton, der sich unheimlich pflegend anfühlt gerade. Dann habe ich ein Catrice-Lippie in Gold. Die 04 Macaroon Kiss. Es war, keine LE. Blessing Browns. Melting ist keine LE. Okay. Oh, der riecht aber voll, irgendwie nach Kakao. Das muss eine LE gewesen sein. Oh, der riecht lecker. Muss ich mal Laura von den Lippen machen? Laura von den Lippen? Ja. Gar nicht übermalt, Nadine. Also, ich tue den weg. Das ist nicht so, m-m. Oder? Ne, ist nicht so meins. Auch voll an, ne. Der riecht gut, aber irgendwie, ist nicht meine Farbe. Ich weiß auch nicht, warum. Meine Lippen tun schon voll weh. Das heißt, voll weh. Egal. So, dann muss ich jetzt, ach, dann habe ich hier noch von, der will direkt weg, den habe ich ja aussortiert eben hier. und zwar, laste Confidence. riecht nach nix. Oh Gott. Okay. Ne. Nix besonderes kommt jetzt weg. So, dann habe ich, oh, der ist schon älter. Das weiß ich. Der ist älter. Revlon. Revlon habe ich, glaube ich, damals selber gekauft, bei Schlecker damals. Gab es nicht, kennt ihr noch Schlecker und ihr Platz, ne? So alt bin ich schon. Und da meine ich Revlon, oder? Ja. Das ist so ein schmales. Äh, ich kann nicht erkennen. doch hier, 760. Die 760. Ach, nee. Mh. Nee, irgendwas gefällt mir da nicht. Farbe geht, aber irgendwas gefällt mir gerade nicht. Nee, weg. Äh. So süßlich, so ganz komischer Nachgeschmack. Bäh, was ist das denn? Oh, den habe ich auch schon lange. Das ist ein Schätzchen, der ist auch schon 10 Jahre, glaube ich, alt. Shiseido. Äh, eine wahnsinns tolle Farbe, 713. Achso, so ein kleiner Zwuckel. Guck mal. Hm. Nein, komm, wir swatchen erst mal. Wo swatch ich denn rum? Hat so ein schönes Pearl Finish. Ich weiß noch damals, ich glaube, ich weiß, glaube ich noch, das war damals in der Weite, also, äh, ich war sehr stolz damals, als ich meinen ersten Shiseido, ich glaube, ich habe auch nur den einen, aber ich muss sagen, ich habe den gern getragen. Ihr seht auch, wie weit weg der ist. Da ist nicht mehr so viel, ne? Ich tue den jetzt weg. Da ist auch irgendwas, was mir geschmacklich irgendwie vom Auftrag nicht mehr so, wo ich sage, tun besser weg. Es hängen Erinnerungen dran, aber, mhm, Urban Decay. Ich glaube, mehr habe ich, ich habe auch nur einen. Urban Decay. Oh Gott. Sheer Rapture. Schöne Aufmachung, ne? Hat, also Urban Decay fand ich damals ja, kennt man, durch die Naked Palette. Oh, der sieht komisch aus, ein bisschen. Der hat Pickel gekriegt. Schaut mal. Seht ihr das? Der hat so, wie Pickel. Was ist das? Der hat Pickel. Okay. Oh, der, guck mal. Hmm. Ist ein Sheeran Newton. Der kommt weg. Das, das merkst du. Der ist, der ist durch. Der ist aber auch schon alt. Der ist schon alt. So, nur noch drei. Der hier ist auch ein bisschen älter. Von Max Factor. Kennt ihr denn noch die Lip Butter Dinger? Davon hatte ich früher viele. Was heißt viele? So ein paar. Oh, und die riechen so gut. Das ist die Farbe Matt Midnight Mokka. Ich glaube, die gibt es so nicht mehr, ne? Die haben halt diese schöne Stiftform. Riechen noch typisch nach den Lips. Ja, das ist eigentlich mein Farb, mein Lippenton. Ja, ein bisschen heller. Ist immer noch gut. Obwohl er jetzt irgendwie mir auch wieder nicht gefällt, oder? Ne, komm. Ah, die waren da, wisst ihr noch, die Lipsbetten. Max Factor hier, ne, komm weg. Das ist auch so, die waren damals sehr gehypt. Der vorletzte. Und zwar ein schmales Teil vom, schmales Teil vom Manhattan. ein Lipart Graphic Liner and Liquid Lipstick. Ein Liner und Liquid Lipstick. 150 Vandal. Ich verstehe den Sinn nicht. Ah, jetzt kommt, wo habe ich den denn her? Ho, ho, ho. Das ist auch wieder, ich mache mal drauf, aber, so wie eben, dieser schreckliche Move-Ton mit Grauschleier. Guck mal. Das kannst du nehmen für so ein Halloween Make-up. Da ich es nicht so mit Halloween habe, äh, weg damit. Weiß ich nicht, wann ich da mal, wie ich da dran gekommen bin. Nuh, nuh. Das gefällt mir nicht. So, ihr Lieben, jetzt kommt, wenn der noch okay ist soweit, dann kann ich den mich noch nicht von trennen. Ich meine, das wäre, das war in meinem ersten Jahr auch, da kamen die Catrice, ist es, LE raus, und zwar die Irben Barock. Wer kennt die Irben Barock? Elizabeth habe ich noch. Es gab noch andere und Elizabeth habe ich jetzt noch. Wunderschön designt. Da gab es auch, den habe ich auch noch, aus der LE. Ähm, da gab es dann noch, ähm, riecht auch tatsächlich noch in Ordnung und da gab es ein schönes Puder. Das habe ich auch noch. Ist kein Schimmel dran, kein Pickel, ist vielleicht nicht so meine Farbe. Wir gucken mal. Ja, was Schieres. Äh, ach, geht. Oh, der fühlt sich aber noch toll an. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch. Wer kennt noch die Irben Barock? Catrice, damit fing das bei mir so an. Das war die Colibri LE. wer, ich glaube, da habe ich noch einen Stift von, einen so, ne? Und so geht es mir hier mit, äh, dieses schöne, gepunktete, bunte Puder, da kann ich mich nicht von trennen. Das ist aber auch noch in Ordnung und ich kann euch sagen, hier, der hat so einen leicht süßlichen Duft. Also wenn, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, der wird müffeln, dann würde ich ihn aussortieren. Aber er hatte jetzt auch von außen noch nichts, äh, oder, es ist so ein, so ein Herzensstück irgendwie, wisst ihr? Irben Barock. Weiß ich auch nicht. Catrice, die Irben Barock LE. Könnt ihr die nochmal aufleben lassen? Mir zuliebe. Ich bin jetzt seit, elfeinhalb Jahren hier. Kaufe von euch, seit elfeinhalb Jahren. Immer wieder gerne. Hier, tadaa. Bleibt. So ihr Lieben. Jetzt, äh, gucken wir mal, wie viel habe ich denn aussortiert? Ich zähle mal eben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, fünf, fünf, sechs, 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 wenn ich richtig gezählt habe, sind das jetzt 33 Lippis. Die wandern weiter, beziehungsweise auch die meisten in die Tonne. Ja, und wie gesagt, so Lippenstifte der Hygienik, deshalb die meisten werde ich wegpfeffern, ne, allein schon wegen der Hygiene und nur im engsten Familienkreis mal fragen, meine Schwester oder meine Patentante, mal gucken, aber, ja, und ich habe jetzt hier ein neues Körbchen, aber ist auch nicht optimal. Hier sind jetzt, das sind immer noch recht viele, aber ich will ja auch nicht, ich wollte ja auch dann wirklich nur die, die müffeln oder schimmeln. Ich google gleich erst mal, ob ein Lippenstift schimmeln kann. Aber, ähm, ich finde, es hat mir Spaß gemacht, ja. Der Kamera wird es bestimmt gleich wieder warm, äh, und ich behalte mein ältestes Schätzchen. Ja. Wie war's? Wie war das für euch? Wie habt ihr euch gefühlt? Nein, ich gucke gerne so Deklatter, Deklatter, Deklatter hört sich irgendwie doof an, aussortiert Videos, ausmiste Videos, gucke ich mir sehr gerne an. Ähm, dann sieht man mal so die Sammlung, ähm, es kann natürlich sein, dass in irgendeiner Handtasche oder Jackentasche sich noch ein Lippi befindet, aber eigentlich waren das jetzt im Gros meine Lippis. Ich habe meinen ganzen Kosmetikschrank auseinander gepflückt und alles, jede Schublade und, ja, ich bin zufrieden, also ich habe eine schöne Farbauswahl, eine schöne Farbrange und, ähm, wie gesagt, auch, äh, man muss sich auch mal von Sachen trennen, auch wenn die schön aussehen von der Verpackung, aber wenn sie, wenn ich sie so nicht trage, der sieht toll aus, aber, naja, naja, irgendwo muss man dann, ich bin, ich fühle mich jetzt doch ein bisschen, äh, aussortiert. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, bedanke ich mich für eure Zeit, freue mich jetzt über euer Feedback und, ähm, ja, freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald eure Nadine.